Paolo melden wir uns hier aus Cabo Quiba, der Pfarrei Nossa Senhora das Gracias, die uns hier sehr, sehr herzlich empfangen hat, mit Böllerschüssen hier direkt am Pfarrei-Gelände, am Dammtor, aber auch schon am Flughafen. Heute Morgen um 5 waren 20 Jugendliche aus der Pfarrei dort und haben uns mit brasilianischen Fahrern, Trommeln und herrlicher, großer, großartiger Stimmung begrüßt. Wir sind hier herzlich aufgenommen worden, jeder hat sein Quartier bezogen auf Schlafsack und Isomatte, allen geht es gut, wir haben gut gegessen, nach brasilianischer Art und haben auch schon darüber nachgedacht, was Mission und diese Missionswoche für uns bedeuten kann. Wir grüßen euch ganz herzlich, auch wenn einige noch von uns unterwegs sind, sie kommen gerade auf den Weg von Rio Richtung Cara Pequiba und hoffen, dass wir heute Abend dann bei uns sind. Herzliche Grüße aus Sao Paulo, Tschüss, Sebastian Pilz.